ja war Siggi wirklich live hast du das Geräusch auch gehabt? ich habe gedacht die ist schon bei mir so ne Pissen Helga.. hab ich mich erschrocken jetzt schon kommt dass der hinter mir auftaucht, mich wegzieht und die Sprülle du bist leise Niklas oder kommt niemand oder das Game ist einfach nur ist verklaut wo kommst du her warst du mit dem Gen mit mir? ja, da kommt jemand guck nicht hin komm, geh weiter kann ich auch sie ist weg sie hat mich verloren juhu da an dem war das allgemeines Geräusch das gut im Moment kann sie sich deportieren äh was kann sie sich deportieren? äh was? äh der geht in so eine zweite Dimension das heißt er bleibt auf Odon Stelle stehen das kommt weil ich schon mal stehen sehen da kann es geräumt werden ja und dann genau da kann ich dann wegtippen ich muss also gehen was von 20% also man dann ist das das Geräusch wenn es nicht schnell immer auf die Dimension geht wo ist denn der? ok Matt wurde gerettet ja nützlos ich seh dich ok ah ney ich bin im Schrank drin die Klasse ach so ja die Plätze in Kinderstädten jetzt ist es hinter dir ja hm die OP fällt jetzt jetzt weg ne na dann gucken wir jetzt das sowas schon ausgelöst Leute ein wir unglaublich sind ja das ist brightest ich sitze an der check am generator ok es sind keller oder die warum riecht es bei mir gerade kommt dass wir aus draußen in richtung mein zimmer gerade wie verbranntes gummi jetzt können wir zu dritzen du hast mich nicht gesehen das sehe ich nicht ne ich wollte schon sagen wo du es wenn sie da nicht sieht bringen sie weg ich 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 eins auch kommen dann haben wir auch noch das bürg mit ich glaube das war von Nemesis 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 ist immer wieder raus beide sind schon fort äh Killer kommt zurück es gibt überhaupt keine Blöcke und alle tot bei mir ist eine Palette die schon umgeschmissen worden ist ja du fehlpalette ist ja gut naja klar kann man mir die weg gemacht weil irgendeiner die getroppt hat schon ach komm raubende wo ist denn dieser Dreckskiller ah Killer ist bei mir hat der Generator jetzt kaputt gemacht oder ne läuft hier alles ab jetzt ist die Palette auch weg jetzt tut der Generator darunter leiden wo ho ho sch dort halt hier hier haben wir hier da e die alte ich sage dass die korte gerade kurs auf mich nimmt ane die renten die man irgendwo rum die seiner klatschen hinten an dem generator wo du hinkst oder wurde das erste mal hinkst ja genau mit bringen sie genau hier vorbei der generator ist bei 50 prozent bloß oder bei 80 oder 90 hier ist hinter mir Niklas, jetzt mach diesen Gottverdammt-Generator. Dafür trotzdem noch einer. Oh. Ein. Haha. Blöde Kuh. Jetzt macht die Palette kaputt. Ich loob dich, oder? Ah. Nein. Doch. Ah. Ey, der Generator, der war bei 90%, ne? Bei wie viel ist der? 70. Oh. 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 Die sind im Schrank drin? Nein. Nein, Jhin. Bilo ändert ihr oder was? Ja. Ich versuche jetzt mit dem Maid den Generato durchzuziehen, der ist bei 50%. 60% Hast du Adrenalin mit? Ja, aber das schaffe ich nicht. Hast du nicht? Doch, aber das schaffe ich trotzdem nicht. Doch, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Genau, jetzt stehst du wieder auf. Wird gelaufen von dem Killer, würde ich sagen, ne? Das ist doch hinter mir. Fuck. Wo sind die Hausgänge? Ich tue gar nichts mehr umschmeißen mehr. Was soll das? Ich tue gar nichts mehr umschmeißen. Ich tue gar nichts mehr umschmeißen. Ahhhh. Maid! Wo ist der Maid mit der Taschenlampe? Bei mir. Nice. Niklas, komm. Du weißt, wo ich stand, oder? Nein. Ähm. Killer-Check-Seite rechts. Von der Check, äh. Vom Killer-Haus, rechte Seite. Seh ich irgendwo die Hackfresse mit weißen Haaren? Ne, ich hör sie bloß. Ah, da hinten. Wo seid denn hier? Nein. Ach, Mann. Sie mori-t. Sie mori-t. Ich hab mit jedem Scheiß gerechnet, aber nicht mit dem Mori. Nein. Oh, das kommt wieder. Was? Schon rausgegangen? Naja. Sind schon draußen. Ja, ganz wieder schon. Ah, nee. Ich bin im Hauptmenü wieder. Warte, meinst du ja. So, meinst du das? Ja. Ja. Ah, Mann. Kau war. wir haben jetzt bitte einen vernünftigen killer haben nicht den neuen und nicht so ein scheiß gespenst und nein nicht hätten fehlt wann ist eigentlich halloween wieder ernsthaft da weiß ich was ich für den film wieder reinziehe oder was ich der ewigkeiten bei mir schon auf der to-do-liste steht halloween 2018 auf netflix ist erst am 31 oktober der name gefällt mir jetzt schon alter der nietz vggs vielen dank für den follow jetzt wird es gerade der zufüllen ach lol ja stimmt jetzt wird es mir auch wieder kommen jetzt ist mir auch aufgefallen ist nochmal jetzt ist es mitten in der runde von vorhin gemacht ne ich wäre so erschrocken ne ich weiß jetzt gerade selbst schon erschrocken bin ich folglich nochmal ne bitte nicht ich bin froh dass der jahre tv stream oder twitter funktionieren dadurch dass ich hier oben erst neu installiert habe und ne ach komm es hat autoha auf dem schrottplatz gewesen was ist denn das hier für ne scheiße was für ein killer war es denn die krankenschwester ne ne einer gelieft wenn einer lief wird das ganze game abgebrochen das problem dahinter wahrscheinlich der konsolengamer der bei uns drin war der ist wahrscheinlich rausgeflogen und dadurch wird das ganze match abgebrochen so lange die runde nähe schon lief bin ich aber auch gut so kopfplatz keine ahnung doch mal blutpunkte hast du was geopfert okay ja der nette killer geschrieben okay wir wissen auf jeden fall dass der dass der kille schon mal deutsch aus sympathisch auf jeden fall warum hast du das in deinem namen stehen ich lese das erste was er hier schreibt nee winterkiller dachte ich mir so dachte erst mal so was und dann habe ich erst realisiert der killer aus unserer lobby ich weiß nicht ob topo noch drin ist auf jeden fall gut lachen flack oder helfe gut lachen hoffentlich hat er bissel ist an so hartzuhlens aber der wird mich jetzt erst umlegt ach komm weil die mich heute eigentlich alle verarschen wieder gespenst ich lasse das gehört was es für ein kleines gespenst könnte schlimmer sein finde ich jetzt nämlich zu kommen zu dem generator den beschädigen will ja komm wirst du mich eigentlich mit halb verarschen geklars ja äh meinen sie rennen bist du hier oh scheiße killer ich bin hier killer lässt ja wer hat zumal generatoren lassen ach mann ernsthaft ja ich dachte du bist in dem in dem gebäude drin gewesen wo du gesagt hast nicht gehen komm wird gelaufen äh sorry dafür ich komm dich auch extra retten nein ich bin ja nicht total verarschen ich bin ja nicht total verarschen Niklas ist das rache genug dass der killer jetzt wieder bei mir ist komm hier lang hier ist keine Palette ich bin ja nicht total verarschen frei klar dann schlösch Niklas sind die Paletten hier schon weg eigentlich nein ah Leute da hinten ist Japall leid hier und whmm ja ich bin gar nicht in der Lage wie AD zu suchen mit dem Krupp der Armwähre Muskeln gelagten sie ich muss nicht nach der runde erst mal ein stück lauter stellen musst du nicht und der generator ist auch endlich mal fertig ah ne ist wohl noch nicht mal der generator nö hier kommt so ich bei den Klojowen dachte ich mir dass er den Killer dass der den generator absucht übrigens kann damit es kommt zu mir doch jetzt schreckt viel um die Ecke ich hätte noch einen entscheidungsblock gehabt das ist gut bei dir ja wir ein wir aber auch 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 Kackeee Kacke Ne So ne Oh Oh Scheiße Ne Klaas Ich hab gedacht ich hab ihn ausgetrickst aber Der Ball ist auch Was ist das? Ich habe die Chloe jetzt angefasst und jetzt habe ich keinen Entschädtungslock mehr. So, dann komm mal aus diesem Scheiße nicht mehr raus. Oh, da bist du auch schon tot, ne? Scheiße. So. Hallo, Mr. Killer. Schön, dich wiederzusehen. Killer. Äh, lebt die Palette da hinten noch? Ja. Mr. Killer, komm. Kommen Sie, kommen Sie. Heute ist hier gut und günstig zu rennen, hab ich gehört. Ne. Ne. Kommen Sie. Heute ist gut und günstig. Da ist nix Palette. Butter,어지z aggressiv. Was war ich vielleicht dann? Oh, uhu !!! Oh, Alter! Killer. So nicht Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er mich doch noch gehen lässt, nachdem ich so hart ihn geloopt habe. Okay, lupen kann man das nicht nennen. Mehr reingeschissen als lupen. Bitte zieh ihn jetzt weg. Ja, dann soll er sich lieber noch jemand anders krallen, den er umbringt. Komm, krall die Orbit, oder wie auch immer der heißt. Ralf, was du noch da sein solltest, ich will dich momentan konsequent ignorieren. Weil du mir immer mehr dummere oder blödere Antworten oder Fragen stellst, die dich überhaupt nen Scheiß angehen. Die Welt schießt jetzt nicht so bleib an. Du weißt welche Fragen ich mein. Ähm, Tobo? Kein Ding. Du warst ein ziemlich entspannter Killer Gegenüber den anderen, den ich gezockt hatte Und gut gespielt auch Oh ja, muss ich ehrlich zugeben Das war richtig nice, gegen dich zu spielen Solche Killer hätte ich immer lieber Als irgendwelche anderen Also muss ich GG-WP rausgeben Mir hat es auch Spaß gemacht Gegen dich zu zocken Oh ja, Niklas Das mit dem Lupen, das muss ich unbedingt Nur irgendwie ein bisschen üben Nachdem ich drei Monate Pause gemacht habe Natürlich, da bin ich länger zuvorausgekommen Also Ich bin alle anderen, ich bin besser als dieses Spiel hier Haben wir denn bei mir Aussagen? Ja, hast recht Aber das ist so ein Zwischendurchgeben, was ich übel gerne zocke Wo ich mich von Leuten abregen kann, die namens Ralf heißen Boah, ich habe ja nichts gegen Ralf Aber solche Fragen stellt man nicht in der kacken Stream Ne No 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 viel Spaß gegen die Survivor. Niklas, anscheinend hat das... Warte mal kurz. Jetzt hab ich nie auf den Namen geguckt von Turbo. Jetzt hätt ich ihn in eine RFA geschickt. ... 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 Wie kann man so schlecht der Killer sein? Ich weiß. Dass man campen notwendig hat, das weiß ich ja nicht. Schlechter Killer halt. Ach komm. Ja, das ist los. Also der Killer ist ziemlich schnell abgefuckt. Ich bin mit dem dreimal... Ja, vielleicht zehn Runden einmal im Kreis gerannt. Und dann war der schon abgefuckt. Du kannst nicht vor dem Mitte überhaupt immer verstecken. Das war's schon. So wie der Killer spielt, könnte es Ralph gewesen sein. Das Fenster und dann einmal im Kreis. Nicht links, rechts rum. Immer rechts laufend. Das hab ich die ganze Zeit mit dem gemacht. Ich bin draußen durch die Tür, wieder durch das Fenster, wieder durch die Tür. Die große Runde aber. Das heißt, der kam keinen Schritten näher an mich dran. Alter hat am Ende sein Gefäß gekämpft. Meine Schade. 24.000 Blutpunkte. Das ist jetzt auch etwas Wärts. Das ist jetzt nicht, wir sind. Jetzt bin ich durch die Tür. Das ist jetzt ein Schade. Das ist einfach krank. Aber es ist es. Das ist einfach. Zum letzten Mal jetzt. Wenn ich auf Discord auf Bildetichtstirn stehe, dann möchte ich auch nicht gestört werden. Niklas, der Time-Mode ist immer in Sekunden gerechnet. Ich setze jetzt Reif für 1200 Sekunden. Gleich hinten, Time-Out. Das sind 20 Minuten. Danach gehe ich offline. Nach den 20 Minuten gehe ich flaschen. Nee, da gehe ich noch nicht offline. Amen. 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 Was? Ich will so fragen. Mit den 1200 Sekunden. Mit den 1200 Sekunden. Ich darf nur 600 Sekunden machen. Den nächsten musst du machen. Sorry, aber ich habe das letzte Stream schon angesprochen und diesen Stream jetzt wieder angesprochen. Irgendwann habe ich die Schnuze voll. Und sowas. Das musst du mich gerne nennen, weil du hast nicht ein Team zu suchen. Nee, weil mich mit so einer Scheiße dann von der Seite voll zu labern und ich bin seit um 4 Uhr morgens jedes Mal wach. Ich verliere irgendwann auch die Fassung. Dann könnte es passieren, dass ich wirklich aggressiv werde. Ja, bei sowas. Ja. Übrigens, du hast gesehen, da fehlt ein Logo vor seinen Namen. Hab ich gesehen. Ich weiß zwar nicht, was er geschrieben hat, ne? Aber ich wollte es gerade machen. Aber scheiße, neue Killer. Niklas. Ja. Weil ich genau darauf schon fokussiert war. Ja, auf 2. Account ist ja nicht. Ich wusste es. Und da nimmt permanen. Ja, wie soll das domestisch album solo? Ich denke, da bist du aber nicht ein Liter im œbner Mann. Ich glaube, es ist eine Presse. Ich glaube, dass auch ein Mopsier gerade mögen bei den Bildern. Auch mit einem Händler, sowas zu sagen, aber wir sind jetzt individuell. Ingenstand. Herr alrededor, Herr Professor Rube момент. Da hört sich ja mit einem Gew 자신it resistent tun, eine Referent Lagstelle. Erstens Heather Lachos zu gucken, der Home, der방 mechanical stärken, Argen S sed 올�iertes das Haus dazu, das Original sch hypocrisy show- gdzie Ich habe mich ja immer gut mit ihm verstanden, aber jetzt fängt er so bei mir an. Ich hoffe es nicht. Nein, Niklas, ich komme zu dir. Ja. Ja, Niklas, ich muss doch mal mit dir über etwas reden. Ja. Wie sagt ihr, nee. Deswegen gibt es einen Mod. Ja, dann trotz erst mal danke dafür. Weil die auf Nerven gehen, dann schätzt die Wende. Aber ich sag dir, so wie es ist, wenn Ralf irgendwann mal vor meiner Türe steht, könnte es passieren, dass ich ihn gar nicht reinlassen muss. Der Ralf von mir schätzt, hätte das geschieben. Er wäre schon wieder gebannt. Ja. 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 Renn weg. Kann man. Ja, nee, nee. Renn du weg. Ich nehme. Ja. Ja, das ist der neue Killer. Das ist hier Resident Evil. Resident Evil. Oh nein. Killer, ich will doch bloß diesen Maid retten. Er heißt Fragezeichen. Das ist das Spiel. Was hat da auch nicht. Ich will also dann. Möchte ich gern Buschen, oder was. Das ist das Spiel. Achja. Ich will das nicht so. Das ist das Spiel. Ui, ich kann mich noch auf eine alte Regel vor uns erinnern. Die wäre? Auf Twitch Hier ist 3 Time-Mods und dann Ja, so weit würde ich aber noch nicht gehen Ich weiß, ich kenne die irgendwo Jetzt komm nicht mehr zu mir. Ach man, lass mich doch in Ruhe, Killer Ich will nichts von dir Ich will nichts von dir Der hängt direkt neben mir Mann, ich will nichts von dir Mate Keine dumme Scheiß jetzt machen Ich bin schon da Ey Was nimmt sein Sinnesplan jetzt in den Schrank zu springen? In der Hoffnung, der Killer findet ihn, oder was? Pühne Bäh Äy A A A A auch sehen und er wird sich um einiges länger machen und da würde ich vielleicht sogar ein Busschen er hat eine Dase gingen die Orang mit selbst wenn sie zu viert bloß sind ja genau Kilo also nichts gegen Bahnen aber Bahnen können sie annehmen es gibt nicht er wird er der ist Frischlinge in dem Spiel das merkt man aber auch noch Jace zum Beispiel der hat sich Fussel besser er macht zwar Fusselfehler muss ich zugeben auch wenn er mich fast zwei mal gekillt hat über das kann ich aber lachen ich auch weiß nur weil ist halt so aber in das Team passt irgendwie auch nicht wenn wir uns solche Kurunkfehler passieren würden dann können wir nicht lachen also zum Beispiel uns beiden ich hab mir wie gesagt ich hab nichts gegen Bahnen aber ich weiß nicht von ja weil wir haben Prozent für Kirmklenk wir brauchen ja wir brauchen heute sind und den Support und jemanden der immer ein Schuss wegnehmen der Präsenz verkauft so oder so ein Spiegel support um und für es gehört halt zu wenn ich jetzt irgendwas vorhauen tue ihr könnt mich gerne korrigieren korrigieren hm 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 ich weiß nicht homepage he CN Was macht die? Der Generator ist explodiert, aber trotzdem angegangen. Oh, ist der Killer. Hier nicht. Oh, was macht die? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Gott, wo kommst du her? Oh. 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 I'll see you dead. Elf, dann dadurch, dass du gerade gefragt hast, ne? Ich hab gesagt, du wirst gerade aussetzen zu meiner Grenzen, oder? Du hast dich schon erreicht. Wenn das immer noch zu leise für dich war, dann wasch deine Füße. Auch wenn du mal Mod warst. Auch wenn du mal Mod warst. Oh Gott, ey, ich hab Time-Locker-Fat. Oh, Niklas. Nehmt's mir mal in Chat. Ich hab auch noch ein bisschen Sachen drauf, von daher... Ich hab dazu gar nix mehr. Auch wenn ich Ralf übel viele Jahre kenne, ne? Aber irgendwann hat sich die Grenzen erreicht. Hast du schon gelesen, was da steht? So. So, dann beendet ich den Streamer an der Stelle, bis ich nie finde, tschüss. Jo.